Ja, wie schnell die Zeit vergeht, merkt man an Dingen, die man regelmäßig tut und eine Tradition ist es geworden, dass die SPÖ Wien am politischen Aschermittwoch der SPD-Bayern und SPD-Vilshofen teilnimmt und das werden wir heuer auch wieder zum fünften Mal machen. Wir sind dankbar, dass wir wiederkommen dürfen. Einerseits alte Bekannte wiederzusehen, unsere Vernetzung zu vertiefen und auf was wir uns sehr freuen, sind natürlich eure politischen Reden an diesem Aschermittwoch. In einigen Wochen sind wir da, deswegen ein herzliches Freundschaft und liebe Grüße aus Wien.